Freunde, wir haben richtig, richtig gute News für euch und zwar werden wir ab Sommer 23 einen neuen Moment im College-Standort haben und zwar in Bielefeld, gemeinsam mit der Ekklesia Bielefeld. Das hier ist Krille, der Pastor der Ekklesia Bielefeld und wir freuen uns so sehr zu sehen, was Gott dort vorbereitet hat. Und wir sehen wirklich, wie Gott in dieser gesamten Region Menschen ruft und wir wollen einfach ein Teil davon sein und wünschen uns auch, dass du ein Teil davon wirst. Wir freuen uns total, mit dem Moment im College in Bielefeld am Start zu sein. Wir wissen, das ist eine Hoffnung für unsere ganze Stadt, für unsere ganze Region. Hey, unser Wunsch ist, dass jeder in dieser Zeit Gott besser kennenlernt, im Glauben wächst, seine Bestimmung entdeckt, damit er mit seinem Leben einen Unterschied macht. Weil das ist, wofür wir berufen sind, wofür Gott junge Menschen ausrüsten möchte und wir laden dich herzlich ein, dabei zu sein. Es wird eine großartige Zeit und wir freuen uns über das, was hier entsteht und was Gott tun wird in dieser Zeit.